Mach! Nein! Das ist... Okay, wir sind bei Öffneter Schießen. Bla, so ist Kowski. Bla, so ist Kowski. Schieß jetzt. Wir versuchen es. Ich weiß, dass du da hin willst. So, jetzt Schweinsteiger. Schweinsteiger mit dem Schuss. Schweinsteiger mit dem Schuss. Und Tor! Schweinsteiger mit dem Schuss. Ja! Müller! 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 Obermeer! Obermeer mit dem Schuss. Eiskalt! Manzukic! Manzukic! Manzukic mit der Riesenmöglichkeit! Müller! Müller! Hummel! 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 Tor! jetzt ist der entscheidende Elfmeter wer ist das? wer ist das? Gündogan machte ihn gehts weiter und Bayern gewinnt im Elfmeterschissen mit der Parade wir sehen uns beim nächsten Mal tschö